Föderdrehung nach rechts zur Seitenansicht. Föderdrehung nach rechts zur Rückenansicht. Föderdrehung nach rechts zur Seitenansicht. Rollpose einnehmen. Dankeschön. Ihr fünf bitte auf beiden Seiten. Wir kommen zum nächsten spotlight. Nach vorn kommen die Startnummer 164, 167, 174, 180 und die Startnummer 166. 64, 67, 74, 80, 66. 64, 75, 80, 98, 99, 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 100, 99, 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 100, 99, 99, 99 Von der Drehung nach rechts zur Seitenansicht. Von der Drehung nach rechts zur Rückenansicht. Von der Drehung nach rechts zur Seitenansicht. Vor der Einsicht ist nicht. Lächeln! Dankeschön! Jetzt da nix! Aufbauen ist er am Kopf. Voransicht. Före und Drehung nach rechts zur Seitenansicht. Drehung nach rechts zur Rückenansicht. Före und Drehung nach rechts zur Seitenansicht. Und bitte die Fronkose einlegen. Dankeschön. Das war die Männer für Sieg, das ist eins. Alle noch mal nach vorne. Danke.